Der Barde hatte offensichtlich eine kleine Schwäche für die Toten. Diese Grabinschrift lautete, Lord Pershing MacRath, im Glauben stark war unser Herr. Er erhob die Seinen aus niederem Stand. Voll Demut sorgte für andere er. Wir verdanken viel seiner gütigen Hand. Die Grabinschrift auf dem Stein lautete, Lord Bauder MacRath. Unser Herr ward geboren in der Dunkelheit, als Hoffnung auf Schwertesschneidestand. Unser Herr schied dahin in der helleren Zeit, die er tapfer und mutig gebracht diesem Land. Dann kennen wir jetzt quasi die Geschichte der MacRaths. Dann gehen wir mal rein, holen uns die Schattenaxt. Das haben wir ja schon so. Ja. Schlüppet ihn und findet die Schattenaxt. Schlüpf rein und findet die Schattenaxt. Das sind die Ängung. Schlüppet ihn und findet die Schattenaxt. Schlüppet ihn und findet die Schattenaxt. Ich äh... Jetzt kapier ich's nicht. Muss ich ihn dann zuerst doch zurückbringen? Hä? Mach das so. Ach, besser. Mach der so keinen Sinn. Schlüpfet ihn und findet die Schattenaxt. Er ist nur mehr juicy. Aber damit ist das so linear. Schattenaxt. Er ist allen nach. Ach, besser. Man, das ist schattenaxt. Malche. Malche. Das sind die Schattenaxt. Ach, besser. Die Dribbelbühlen kann man es. Was ist denn jetzt? Okay, Waffen wechseln, jetzt tun wir sogar nix. Okay, Waffen wechseln. Okay, Waffen wechseln. Angriff! Visiere Ziel an! Attacke! Ich kümmere mich darum. Okay, Waffen wechseln. Okay, Waffen wechseln. Okay, Waffen wechseln. Nice. Angriff! Angriff! Visiere Ziel an! Okay, jetzt ist gut. Okay, Waffen wechseln. Waffen wechseln. Waffen wechseln. Waffen wechseln. Waffen wechseln. Da ist der Bruder! Tötet ihn! So... Ne, das wollte ich jetzt nicht... Na? Ja? Was hat er gesagt? Bisher bloß, dass er froh ist, vor dem Monster gerettet worden zu sein, das irgendein Idiot rausgelassen hat. Aber ich kriege schon noch mehr heraus. Und dann? Und dann hat er sich das Bock auf einmal gestärzt und den Axt habe ich vermissen lassen lassen. Oh, wie furchtbar. Sag das, Spangler! Das ist der Salle mit dem Barsch mit dem Min! Er kann nicht helfen, dass der Schattenachst. Oh, das wird euch gefallen. Was? Und was muss er tun? Geh ne mit zu des kapotten Barsch und isch ne zuschner der Eingang. Isch ein Falltier, wo geh ne nur noch in der Grusel gewölb, aber isch han der Schlüssel schon. Kluger Mann. Was? Was? Der hält die ganz gewäss. Wenn der Dorsch kommt in den Stöckel, der Prinzessin hat eine gute Rieche. Wir wissen aber nicht, ob das Biggische selber auch gut rieche tut, he? Och, wenn du meine Rössel froh hast, Don, du säts Gaggetier. Schluss jetzt, das genügt. Worum geht's überhaupt? Also, so sieht der Handel aus. McGrath bringt euch zu seiner Burg. Na ja, zu dem, was davon übrig ist. Nur wenn er mich vorher zum Essen einlädt. Dort öffnet er euch eine Falltür, die hinunter in die Verliese führt. Was ist da drin? Die Schattenaxt. Wie ich euch schon sagte, er hat sie für euch aufbewahrt. Hat sie dort zurücklassen müssen, als der ganze Schlamassel losging. Hab ihm gesagt, er soll euch hinbringen. Das hört sich schon besser an. Was sonst noch? Och, nur ein paar untote Krieger. Also, wenn ihr die Schattenaxt habt, reist ihr weiter nach Süden, die Küste entlang. Moment mal. Untote Krieger? Wie viele? Ein paar. Ein Dutzend. Wie jetzt? Ein paar oder ein Dutzend? Ein paar Dutzend. Und wenn die alle tot sind, geht ihr nach Süden an der Küste lang. Der dritte Turm steht auf einer kleinen Insel. Direkt vor der Küste. Sollte nicht schwer sein, rüberzukommen. Gut. Muss jetzt weg. Pflaster wird mir allmählich zu heiß. Na? Habt ihr was zu sagen? Ich geb euch der Schattenaxt. Oboschei Basenuf, ajo? Ich hätte nicht fragen sollen. Ja. Also ohne Scheiß. Das ist entweder Barney oder Max. Es geht nur einer von den beiden. Das ging schnell. Es heißt. Naja. Was heißt? Es heißt. Es heißt. Es heißt. Aber wir wissen ja jetzt wo wir hin müssen. Wir kennen ja jetzt den Weg. Denn da waren wir ja schon. Wäre ja nicht so, dass wir schon. 어떤 Fallen pessoas sind. Was ist das auch? Kohle, Kohle, Kohle So Weiter geht's MP10-Counter Ja, scheiße Das ist unangenehm, das ist jetzt hier unangenehm Fuck, 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 fuck Diese scheiß Verpiftungen von den Viechern, die hat mich furchtbar Komm mal hier ran Zu mir Einen Moment, Kipfer Angriff Auf Das kann ich nicht tun Das ist gut Jetzt kannst du So So Und von 11 Was da ist Verdammt Das geht immer nicht, wenn ich schon schieße Äh, ich hätt den hier wieder Ich mach den So Jetzt haben wir hier fix Weil sonst kriegen wir den nächsten Ja, und weiter geht's Oh, die Bombe sind relativ weit verledigt So so Ja, ich lasse nur den Weg frei hier. Nice! Jawoll! Sehr schön. Der Mann macht keinen Scheiß davon. Ah, gut, jetzt. Oh, die Spinne. Die macht ja auch relativ gut. Ah, die Spinne bringt ja nichts mehr. Die war am Anfang recht kurz, die haben wir mittlerweile erledigt. Ja, ist ja schön. Ähm, wen nehmen wir denn? Die hat ja mal wieder. Die hat ja auch schnell erledigt, ne? Dann können wir wieder probieren. Oh! Die war jetzt aber schnell erledigt. Okay. Dann... Den haben wir, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Zeit für meinen Lohn. Es gibt keinen Lohn. Ich will ja immer mit seinem Lohn. Oh! Das war dumm. Oh! Das war dumm. Oh! Oh! Kein Speicher. Ich könnte ja benutzen. Danke! Das war's! Das war's! Ich könnte ja mal mit dem Lohn. Ich könnte das noch nicht mehr. Ich könnte es nicht mehr tun. Dann würde ich etwas nehmen. Ich könnte es nicht mehr tun. Ich könnte es nicht mehr tun, oder? Das wäre überhaupt nicht mehr. Ich könnte es nicht mehr tun. Oh, lebe, lebe. Sehr schön. Oh, lebe, lebe. Oh, lebe. Mal kurz den Level-Up machen. Je stärker der Barne ist, desto mehr Taten kann er mit Nahkampfwaffen einrichten Sehr gut, sehr gut, sehr gut Hier müssen wir einmal ums Eck Wieder einen Encounter Angriff Die droppen aber noch gar nichts Liegt das jetzt an ihr, oder gehen die wirklich so schnell down? Nein So, jetzt kommen wir langsam zu der Hülle hier Na, scheiß Steine hier Jetzt aber Das sind die Eingang Schlippet ihn und fennet den Schattenachst Das ist also der Ort, von dem du und ihr gesprochen habt Ich muss demnach nichts weiter machen, als in die Dunkelheit zu steigen Gott weiß, was alles zurückzuschlagen und dabei zufällig über die Schattenachst zu stolpern Na, klasse Was? 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 Hab ich jetzt rein? Was soll der Scheiß jetzt? Ich bin dagegen Wer braucht meine Hilfe? Ja, ich, aber Alter Habt ihr sie noch alle? Hab ich mal schnell, komm Ich versuche den Rest Für den Oh 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 Ah, fuck, da ist diese Städte dazwischen. Wutze, Fimper. Halt den jetzt mal. Boah, Freunde. So, danke dafür. Kann ich jetzt rein? Endlich. You are a jerk, a beef support. This mission, you'll be blowin'. There's one thing about this castle again. You surely should be knowin'. That what's inside, your magic's gone. And danger will be growin'. And if you meet the shadow axe, your blood, it will be flowin'. You're knowin', it's growin', you're blowin'. Oh, you're a foolish one, someone who should be shunned. You buggered up this land so much, your work is never done. And when we see you comin', we'll turn our nails and run. You are the lad we love to hate, you are a foolish one. It's fun to run, you're done. You aren't brave, you aren't strong, or even that imposing. You have no magic helmet, or kill, or lead, or hosen. If danger were to rear his head, your feet would sure be frozen. Oh, sorry, wuss. But nevertheless, the sod who has been choosin'. A frowin', little hoosin', impousin'. Oh, you're a foolish one, someone who should be shunned. You buggered up this land so much, your work is never done. And when we see you comin', we'll turn our tails and run. You are the lad we love to hate, you are a foolish one. It's fun to run. We're done! Ich kann nix dafür. Die sind so. Pfeilfallen. Die der Supergürte der Barbe wie seine magischen Hälfte durch die... Hm. Jetzt, wenn wir über die Map gehen, ja? zurück. Die. 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 Hauzeit von dem Mundtoten Wie passend So Hier hinten kann ich auch noch weiter Schrecklich Hab ich gerade Au gesagt? Süß Oh, nicht gesehen Ähm Oh ne, so ein Portal Rüpf-Ding-See Nicht schön Nicht schön Das ist echt ätzend Ähm Ja, wieder Lass das mal Ja, ist ja gut jetzt Da bin ich zu langsam Bodenfalle Boah, dieses Giftkackenscheiß Ähm 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 anstrengend die sind böse aber ich kann doch wieder ich kann doch bestimmt ich weiß nicht wie ich das anstellen mal abwarten da sind sie doch wieder das ist jetzt nicht möglich zu wenig Mörder, lecker zurzeit kriegen wir jetzt ganz gut hin ich frage nicht, ihr seid einfach so ist es halt ich frage weiter nicht, das ist melde mich zum dienst zu machen echt schön ich frage mich die sind die sind die sind die sind Die ist so strunzhohl. Das ist unfassbar. Ich bin so strunzhohl. Ich bin so strunzhohl. Ich bin so strunzhohl. Können wir uns mal darauf ein? Boah, Leute. Bitte. Ich bin so strunzhohl. Ich bin so strunzhohl. Ich bin so strunzhohl. Hier muss wieder eine Falle. Jetzt haben wir das Portal. Baumportal. Und es gibt das Kreisportal. Ah, meine Dummheit. Das ist was, das nervt an dem Spiel so ein bisschen. Also wirklich, ich bleibe mich darauf, ist das ja okay. Wenn die NPCs da durchwaschen, ist das echt dumm. Jetzt nehmen wir mal das Zaum. Ich habe keine Ahnung, wie sie kommt. Ja. Falle. Was soll ich denn da noch machen? Attacke! Ich werde euch fern. So. Was sind die Unterschiede? Oh. Wie sie sehen sind sie nicht. Oh! 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 Ihr wart schon dran. Was zum Teufel? Seid gegrüßt und herzlich willkommen, das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn's schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun, wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan, gebracht kann es nichts, tun ein wenig spontan. Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt, dann gehört euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank. Es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist hier jetzt mal Schluss? Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist hier jetzt mal Schluss.